Willkommen ihr Lieben zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem klamsuchenden Chefkoch. Ihr habt es im Bildchen gesehen. Klamsuchen, die Wirklichkeit, in Wirklichkeit ist es gar nicht mal so einfach, habe ich heute mal so ein bisschen festgestellt. Das, was ich jetzt vorab schon mal gemacht habe, ich weiß nicht, ob es wirklich was bringt, ich möchte ja ganz gerne in einen deutschsprachigen Clan, ob es was bringt, wenn der Client auch auf Deutsch ist. Ich habe den jetzt mal wieder auf Deutsch gestellt. Eigentlich, wisst ihr, habe ich den immer ganz gerne aufgrund der mehreren Registerkarten hier oben und der anderen News, habe ich den immer ganz gerne auf Englisch. Aber ich habe jetzt gedacht, zur Clansuche stelle ich den mal auf Deutsch. Und wenn man ja hier reingeht, da gibt es jetzt auch nur noch, es gibt ja nur noch diese eine Karte hier. Jetzt beitreten. Okay, dann können wir jetzt beitreten. Und ich merke aber schon, ich habe ja vorher schon mal so ein bisschen getestet, ich merke schon, dass ich jetzt an vorgeschlagenen Clans doch welche bekomme, die aus meiner Region sind. Vermutlich aufgrund, weiß ich nicht, meiner IP-Adresse oder meiner Gesinnung, keine Ahnung, woher das Spiel das dann auch alles so weiß. Aber ich habe es auch auf einem anderen Weg probiert. Ich habe natürlich hier erst mal geguckt, gibt es überhaupt so Rentner-Clans hier, U50. U50 gibt es reichlich, alter Falter. Aber wir sind nicht so wirklich aktiv, habe ich das Gefühl. Dassel U50, U50, GearHeld, da wäre ich ja genau richtig. Teamwork steht an erster Stelle. Jeder ist willkommen, Springer mögen wir nicht. Okay, die Einstellung Clankriege im Profil aktuell halten, da wir uns auf euch verlassen. Suche immer Dienstags und Samstags gegen 21.30 Uhr. Das hört sich gar nicht schlecht an. Das hört sich gar nicht mal so schlecht an. Allerdings kein öffentliches Log, da kann ich gar nicht sehen, was die so spielen. Ich würde gerne immer in einen Clan reinkommen, wo nicht unbedingt Fünfer-Clankriege gespielt werden oder so Zehner, sondern so ein 15, 20er darf schon sein. 50 ist hier geschlossen. Die 50 Pros sind offen sogar für alle. Ich meine, die sind eh voll. 15 Spartankings. Also es gibt schon Clans, die so ein bisschen meiner U50-Gesinnung entsprechen. Die aktiven U30 kommen mir jetzt, obwohl ich ja explizit nach U50 gesucht habe, ist es mir dann auch ein Rätsel, dass ich plötzlich hier so 30 bekomme. Keine Ahnung. Hier unten passt es ja noch, da ist eine 50 drin. Oder das hier oben ist nur das Ü drin. Das A. Okay, ich habe das Ü natürlich jetzt so geschrieben, müsste ich das Leerzeichen vielleicht wegmachen. Dann kommen nur noch die echten U50. Jawohl. Okay, Toto, wieder was dazu gelernt. U50, klar, nicht. Echte U50, alle leer hier. Naja, also so richtig das Wahre ist das denn auch nicht. Dann habe ich gedacht, ich gehe mal in die weiteren Optionen. Ich mache mal das eigentlich, was ich so bin. Ich bin eigentlich, ähm, äh, ich bin freundlich. Ich bin immer freundlich. Fast immer. Okay, fast immer. Ähm, ich mag Clan-Kicket spielen, gar keine Frage. Und eigentlich bin ich auch entspannt. Oder was kann man eigentlich noch machen? Wettkampforientiert bin ich ja jetzt nicht. Aber ich bin eigentlich immer ganz entspannt beim Clash of Clans. Und wenn wir dann suchen, dann sehe ich schon, dass hier so andere Clans rauskommen, die natürlich jetzt genau die drei Sachen hier haben. Also das ist dann ja eher super Zufall, oder? Was sagt ihr dazu? Das ist ja eher super Zufall, dass genau die Clans das auch von einem erwarten. Aber so richtig ist das für mich auch nichts. Und ich nehme die Option wieder raus. Denn stimmt doch alles gar nicht. Ich meine, hier kannst du reinklicken, was du willst. Und ich nochmal suche, dann bekomme ich auch immer andere Clans zu sehen. Das heißt also, ich habe jetzt gesucht und ihr seht das hier. Ich habe auf jeden Fall so ein paar Clans hier. Die neue Ära. Wir sind die neue Ära CoC. Wir sind ein Haufen kriegsfreudiger, loyaler, spendabler und aktiver Clasher. Für uns sind zwei Angriffe in Clan-Krieg Pflicht, sowie 1000 Punkte. Oh, bei den Clanspielen, okay. Lockmäßig auch nichts frei hier, aber 26 gewonnene Kriege. Clan-Level 6 kann in etwa so hinkommen. Aber jedes Mal, glaube ich, wenn ich hier auf Neu suchen gehe, bekomme ich, glaube ich, immer neue angezeigt. Je nachdem, ich muss, glaube ich, einmal raus und wieder reingehen. Und ich hatte eigentlich schon ein paar gute Clans, die sind jetzt allerdings wieder weg. Obwohl ich nicht anders gesucht habe, als jetzt auch. Also es ist schon ein bisschen schwierig. Ich meine, wenn ich jetzt in einen Clan reingehe, Bananenspeck, sehr netter Clan-Name, CSCKCWL. Eben hatte ich einen Clan, die haben geschrieben, 4000 Punkte bei den CSN-Pflicht. So einen muss ich da nicht rein, kann ich euch sagen. Denn manchmal schaffe ich das nicht mit allen Accounts, die ich so habe. Das ist natürlich ein böser Name hier, FUT. Naja, okay. Krawallwüder, Landliebe. Es ist sehr schwierig. Krümel-Monster, so ein paar habe ich auch schon mal. Ü-30 hier, offen für alle. Da sind die, 4000 Punkte. Da war ich nämlich schon mal drauf. Die habe ich ja eben schon mal gefunden. Klatsch, hört sich auch gut an. Please keep your settings. Achso, das ist Germany, aber Englisch. Okay, was ist das jetzt wirklich? In den ersten 20 Stunden nur Gegner auf gleicher Position oder höher angreifen. Truppenspenden, ja okay. Alles nicht so einfach. Manche Sachen lesen sich auch wirklich witzig in den Beschreibungen. Wo dann Nettigkeit verlangt wird, natürlich. Aber mehr Clans sind es jetzt nicht, oder was? Gibt es hier nicht jetzt so mehr? Also das waren jetzt nicht wirklich viele, oder? Obdachlos ist auch nicht schlecht. Du bist jetzt Obdachlos. Okay, nur spenden, was die Obdachlosen erbetteln. Ich bitte um ein passendes Spendenverhältnis. Jeder ist willkommen. Und jeder, der mag, darf bleiben. Wir dulden keine Beleidigung. Ja, ich glaube, es wird auch kaum einen Clan geben, der da reinschreibt, beleidigt uns bitte bis aufs Bitterste und Böseste. Aber die spielen hier immerhin. Muss ich mal so sagen. Aber ich würde jetzt gerne mal einen Clan finden. Denn es geht ja noch weiter. Im Moment join ich dann einen Clan und die wissen ja gar nicht, was da für jemand auf einen zukommt. Krümmelmonster wäre auch nicht schlecht. Ohne Regeln geht nichts. Offen für alle ist der sogar. Okay, da kannst du einfach so rein. Das ist natürlich nicht schlecht. Ich glaube, da gehe ich mal rein, oder? Ich würde sagen, ich gehe mal in die Krümmelmonster-Siegeserie 0. Clan Level 11. Boah, das kann man mal so machen. Nicht nur fordern, auch geben. Ernsthaft? Naja, okay. Okay, ich gucke mir mal gerade so ein bisschen immer so die Spendenverhältnisse an. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Mal sehen, ob da einer da ist. Wir gehen da mal rein. Ich bin jetzt Mitglied des Clans Krümmelmonster. Alles klar. Und da ist sogar jemand da. Hurra. Dann sagen wir auch mal ganz brav. Guten Tag. Bitte Verstärkung. Oh, da habe ich gleich was für ihn hier. Da haue ich doch gleich mal ein paar Riesen rein. Ein paar Riesen sind ganz gut. Riesen gehen immer. Riesen gehen immer. Und ein Giftzauber noch dabei. Guck mal, da habe ich gleich meine ersten Spenden hier. Und habe mich gleich gut getan. Ich meine, ich weiß nicht, was ihr so macht, wenn ihr so ganz frisch in einen Clan reinkommt. Ob ihr das da auch so haltet. So nach dem Motto, erst mal spenden. Aber es sagt doch keiner von den Zweien. Jetzt sind ja noch zwei andere da. Da sagt jetzt auch nicht jemand, ja, guten Tag. Wer bist du denn? Ich warte mal. Kann jetzt eine lange Folge werden, bis der Erste mich mal so anspricht. Und während der Zeit vertreiben wir uns mal die Zeit. Also ich habe jetzt erst mal einen Clan gefunden. Geht ja. Hat ja schon mal funktioniert. Aber ob das jetzt so das Gelbe von mir ist, das wissen wir natürlich. Das wissen wir an der Stelle nicht. Glücklicherweise habe ich mir die Clanburg vorher voll gemacht, bevor ich aus dem Clan Deutschland rausgegangen bin. Denn ich habe schon Ähnliches erwartet. Weißt du, so geht, so leere. So, da ist erst mal nichts. So kommt es rein. Kein Mensch da. 3800 Dunkles. Den können wir mitnehmen. Den können wir mitnehmen hier. Ich habe noch die alte Truppe von gestern am Start. Nicht bub, 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 sondern bub, 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 hier. So, hier gehen wir rein. Da so ein bisschen so halbwegs der Queen entgegen. Ich habe immer noch keine Bowler. Ich habe immer noch Hawk Rider in meiner Clanburg. Ich denke, das passt auch immer noch. Die sollen sich da jetzt erst mal durch die Mauer prügeln. Da stirbt eigentlich nichts. Ich muss mal ein Mager hier zunehmen oder zwei. Dass der Funnel hier aufgeht. Und mein King und meine Queen mir jetzt nicht ganz so ausreißen, ist klar. Na klar. Geht erst mal nach da. Ich habe es gar nicht anders erwartet. Dass wenigstens einer meiner Helden hier mit reingeht. Dann müssen es halt die Magier hier mit richten außen. Beziehungsweise innen. Falls da jetzt eine Clanburg kommt aber auch nicht raus. Die Base sah jetzt auch ein bisschen so halbwegs inaktiv aus. Okay. Das brauche ich gleich noch für die Huggies. Meine Helden sind aber noch ganz gut dabei. Und auch die Magier hier in der Mitte. Die brauche ich ja dringend. Die brauche ich dringend. Und wo ist denn eigentlich mein King? Ach, die latschen ja beide außen rum. Okay. Dann nehmen wir mal die andere Seite hier. Und kommen hier mal mit unseren Hawk Riders rein. Morhawks noch in der Clanburg. Und ich erwarte jetzt eigentlich keine Skelette oder sowas. Ersten Halssauber hier am Flächenschaden. Dann clean up habe ich natürlich wieder richtig, richtig viel mit. Nämlich gar nichts. Okay. Dann giffen wir hier mal einen King. Der tut an der Stelle besonders weh. Einmal noch hier am Richtung Bombenturm nochmal den Halssauber. Ich habe ja nur zwei dabei nochmal den Halssauber geworfen. Das wird in eine ganz enge Kiste schnell mal die Queen zünden. Dass die Bombe da aufgeht. Da ist nur noch der Tesla. Und jetzt müssen die natürlich noch die doofen Luftabwehren dort machen. Bevor sie jetzt auf den King gehen. Ich hoffe das machen die jetzt auch. Das wäre ganz schick. Und komm mach doch erstmal den King. Ich meine Rathas ist auch wichtig. Aber boah der war ja instant down. Alter, Alter. Da haben die aber einmal alle mit dem Hammer raufgehauen. Gleichzeitig. Der war wirklich gerade instant auf Null. Und dann haben wir die Base ganz gut gemacht. Ich habe das ja gestern angefangen. Und meistens mache ich so ein bisschen was weiter. Wenn ich etwas anfange, wo ich schon so ein bisschen den Erfolg habe. Es gibt ja dieses Event mit den Riesen. Und wenn ich das schon mit einem Account wenigstens anfange. Und habe da schon so ein, zwei Sachen im Sack. Dann mache ich das natürlich weiter. Und boah sieht gut aus. Wunderbar. Chefkoch ist ja auch gut dabei im Moment. Auch was so die CK-Sterne angeht. Manchmal gucken ja auch die Clans da drauf. Ich habe jetzt aber auch gesehen, dass wenn ein Clan. Es kann ja nur glaube ich ein Clan Anführer. Und ein Clan Vize meine ich. Die können noch Mitglieder werben. Das heißt die haben ja unten so eine längliche Schaltfläche. Ich weiß nicht wer ja noch nie Clan Leader war. Oder oder Vize irgendwo. Weil er es nicht wollte oder weil er es nicht wird. Oder was auch immer. Der hat das natürlich noch nie gesehen. Und ich sehe das natürlich mit diesem Charakter hier auch nicht. Denn ich bin ja hier auch weder Clan Führer noch Clan Vize. Aber ich glaube hier unten links neben dem Kriegslog ist so ein ganz länglicher Balken. Ich blende euch das eben mal ein, wie das beim Toto aussieht. Und da kann man natürlich nach Mitgliedern suchen. Ist natürlich auch ein bisschen komisch. Weil es gab ja früher auch so die Ältesten, die das machen konnten. Und dann ist man sicherlich schon mal so im Clan gewesen. Und der Leader hat aufgerufen. Leute alle bitte mal ab ins Global. Leute suchen. Wir suchen Leute. Und da kannst du natürlich dann auch als Ältester jemanden einladen. Beziehungsweise das kannst du natürlich jetzt immer noch. Aber du musst ihn natürlich irgendwo finden. Oder wissen, seine ID wissen oder was auch immer. Aber du konntest dann auch, wenn du als Member, selbst als Member konntest du dann ja in deinem Clan sagen, dass du jemanden gefunden hast. Kannst ihn aber nicht einladen. Seine Tag ist die und die. Und dann hat das vielleicht ein Vize, ein Ältester oder ein Leader sogar gemacht. Das ist ja heute gar nicht mehr so möglich. Aber hier schon mal Moin, hat da schon mal jemand geschrieben. Moin ist schon mal nicht schlecht. Moin heult sich gut an. Von Peach. Okay, mal gucken, ob da mehr als Moin geht. Ich meine, ich bin jetzt mit einem alleine hier. Ich fordere jetzt mal, dann machen wir das mal so, was ich eigentlich machen würde. Jetzt Bola, ich glaube Bola oder Ox. Hox nehmen wir da mit. Schweinereiter, okay. Bleiben wir beim Deutschen. Schweinereiter und einen Giftsauer. So. Erstmal hat jetzt keiner gefragt, wer ich bin und warum ich hier bin und wie ich komme. Ich meine, ich kann denen ja jetzt auch irgendwas erzählen, wenn jetzt einer fragt oder sagt, hey, kannst du dich mal kurz vorstellen, vielleicht ist das hier auch gar nicht vonnöten. Dann kann ich natürlich auch schreiben, yo, bin Orhan 42 aus Heidelberg und bin gebürtiger, weiß dergeiler Migrant und hab einen Bauernhof dort oder sowas. Kannst du erzählen, was du willst. Jetzt, es guckt ja keiner dahinter. Niemand wird ernsthaft mal fragen, so nach dem Motto, ist das dein Ernst oder was. Das ist ja mal eine Mischung, die passt gar nicht zusammen. Natürlich passt das zusammen. Ich meine, das gibt es hier. Jetzt nicht ganz, ich meine, ich wohne jetzt nicht in Heidelberg, aber es gibt den Orhan hier, der auch einen Bauernhof hat und ein Migrant ist. Also das war jetzt gar nicht mal so weit hergeholt, der Fiebeln lässt nur gerade so ein, was da gute Milch zu holen gibt. Und ja, aber du, es blickt ja keiner dahinter und fragt, und dahinter fragt das auch nie, so nach dem Motto, komm, du bescheißt uns doch, du löst uns doch an oder so. Das finde ich ein bisschen, naja, ich meine, das war vorher auch nicht anders. Aber jetzt auch nur aufgrund dieser Zeichen hier, nur aufgrund dieser drei Zeichen hier und dem, was ich gerade vor mir preisgegeben habe und ich spiele Clan-Kriege, ja oder nein, dabei, weiß ich nicht, Clan-Einladung übrigens, habe ich eben mal getestet, egal, ob das auf rot oder grün steht. Ich kann immer noch denjenigen einladen, wenn ich seine ID kenne, aber ich glaube, wenn das Ding auf rot ist, dann findet dich niemand, wenn er auf den blauen Button drückt, nach Memmern suchen, habe ich so das Gefühl. Und mal sehen, oh, guck mal, da braucht schon mal eine Verstärkung, die kann ich ihm natürlich geben. Ich gucke mal, ich bin immer, immer, immer guter Spender sein, immer guter Spender sein. Das macht sich immer gut in neun, wenn man neu in einem Clan ist. Da kommt man immer sofort gut rüber. Und ich bin ja auch eigentlich einer, der immer gerne gibt, auch wenn ich gerade so einen Angriff machen will und mir eigentlich genau die richtige Truppe, die ich jetzt gerade verspende, fehlt. Dann baue ich es halt nach. Die Zeit habe ich hier, mir läuft hier ja nichts weg, aber ich bin jetzt schon gut dabei, 56 zu 0 Truppen. Ich bin mal gespannt, ich warte jetzt mal ein Stündchen und mache nochmal so den einen oder anderen Angriff. Und dann gucke ich mal, ob ich A, schon Truppen bekommen habe, ob ich B, nicht schon 300, 400 Spenden habe und immer noch nichts in meiner Clanburg habe. Dann bin ich vermutlich nicht ganz richtig hier im Clan. So ist zwar eine doofe Floskel, aber ich sage sie trotzdem. Es ist jetzt eine Stunde vergangen und ich glaube, ich habe hier oben, da habe ich noch, ja, vor einer Stunde neun Minuten habe ich geschrieben, bla bla bla. Hast nicht die richtigen Truppen, ist aber auch alles nicht so schlimm. Und mein letzter Angriff lag jetzt, glaube ich, auch schon, ja, nicht vor einem Tag, nein, sondern vor einer Stunde, 14 Minuten. Also ich habe einfach mal ein Stündchen nicht geclashed. Ich bin sogar nicht angegriffen worden. Und dennoch hat mich noch immer noch keiner gefragt. Sag mal, Toto, was willst du hier eigentlich? Oder Chefkoch? Und, naja, gute Frage, nächste Frage. Was will ich hier eigentlich? Das frage ich mich jetzt auch, denn ich habe was überlesen. Ich habe so ein bisschen was überlesen gerade. Der Clan hier, also der war ja jetzt offen, der war jetzt offen, da konnten ja alle rein. Und ihr seht, das hier ist ja auch ein Kommen und Gehen. Und, ja, so hält es natürlich keine Leute. Oder so kommen hier die Leute kurz mal reingucken, kurz, so wie ich vielleicht. Affe mit Waffe ist klar, dass der mindestens einmal hier gewesen ist. Das ist auch ein Clan-Hopper vom Herrn hier. Und so wird das hier natürlich, denke ich mal, nichts. Also, wie gesagt, das hat noch keiner nachgefragt. Habt ihr jetzt gerade gesehen, wer bin ich, warum bin ich hier und wo komme ich her oder was willst du eigentlich hier? Ich will dir nichts. In der Tat, ich habe nämlich ganz übersehen, dass dieser Clan hier nur einmal die Woche, nur einmal die Woche Clan-Krieg spielt. Einmal pro Woche. Das habe ich ganz übersehen. Und das ist mir natürlich ein bisschen zu wenig. Und, ja, deswegen werde ich hier nach dem Angriff einfach auch wieder rausgehen. Ich lasse mal eben den Giftzauber noch nachzaubern und dann machen wir hier noch einen Angriff. Ui, 2.995. Mit Bonus lasse ich mich nicht entgehen. Bohrer sind rappelvoll. Ja, aber ob wir uns jetzt den Bohrer holen oder eher das dicke Lager oder holen wir uns. Wir holen uns einfach beides. Wir holen uns einfach beides. Sieht aber schon nach einer recht aktiven Base aus. Und ich muss funnelen. Ich muss ja mal ein bisschen funnelen hier. dass meine Truppen jetzt gleich auch in die Richtung reingehen. Da ist schon mal der Bombenturm weg. Und dann können die hier auf diese Mauer gehen. Meine vielen Riesen. Oh, da fliegen schon ein paar weg. Ach, wieso? Ja, ja. Ich hätte fast gesagt, typisch. Warum setze ich nicht erstmal einen, der die Falle auslöst? Ja, warum? Weil ich es nicht gemacht habe. So, ich habe es nicht gemacht. Aber meine Truppen gehen jetzt schon mal in die Richtung Queen. Gegnerische Queen fällt jetzt schon mal. Wunderbar. Und jetzt den einen Mager, der erwischt in den kleinen Bomben. Und jetzt sind die da. Jetzt sind die hier alle. Die sind jetzt alle hier unten in dem kleinen Feld. Nein, die Queen rennt jetzt raus. Ihr warst doch zu viel, okay. Ihr warst jetzt doch zu viel. Und jetzt müssen sich, ja, jetzt muss mein King, aber der hat keine Clanburg, glücklicherweise. Aber jetzt entscheide ich doch. Ich komme denen mal hinterher. Vielleicht ist der Weg doch sicherer. In der Tat, Queen. Denn hier bist du gut geschützt. Sie sind Heiler. Die passen auf die ganze Meute hier auf. Allerdings schießt jetzt schon die eine Luftabwehr hier drauf. Und ich glaube, ich gehe wieder auf der gegenüberliegenden Seite mit meinen Hoggys rein. Die gehen da hin, die gehen da hin. Und more Hogs, please. Okay. Schnell hier die Heilung setzen. Alter, da am Bogenschützenturm. Oh, 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 oh. Das war fiese da gerade mit den Bomben. Jetzt habe ich schon gar nicht mehr so viel Schweine. Und die reiten jetzt nach außen, oder? Oder gehen die nochmal rein? Oh, die gehen nochmal rein. Ich habe hier noch zweimal Flächenschaden. Bitter, bitter, bitter. Und ich muss hier schon mal Cleanup setzen. Hier kann ich schon mal Lucky hinpacken. Mal sehen, wo ich außen schon mal was machen kann. Hier können wir den King ein bisschen unterstützen, dass er vielleicht noch in der Base bleibt. Aber sieht ganz gut aus hier. Den gegnerischen King giften wir hier ja kurz. Das kleine Stück mal weg. Schweinereiter nochmal ganz kurz nach außen geritten. Und dann geht es den King an den Kragen. Wird das wieder ein One-Hit hier? Komm, holt mal alle aus hier auf den Dicken. Level 16. Bam, da ist er weg. Okay. Dann haben wir die Base auch gepackt. Also auch hier hatte ich Schweinereiter. Ich habe ja Schweinereiter. Also ich habe Truppen bekommen eben. War in Ordnung. Aber ich denke mal, ist doch nicht mein Clan. Ich werde mich jetzt hier gleich verabschieden mit dem Motto, tut mir leid, ist mir doch ein bisschen zu wenig Clan-Krieg. Denn so ein paar mehr möchte ich denn doch schon spielen. Auch wenn meine Helden jetzt noch leveln müssen. Und ich ja nicht ewig ein Buch habe oder einen Hammer nehme. Also ich habe auch dann ein bisschen Downtime. Aber die Phase zwischen den Downtimes ist dann natürlich eher gering. Ja, 22 noch mal dabei. Und ich mache die... Ja, ich komme nicht mal... Ein bisschen stelle ich die jetzt um. So ewig kann ich das auch nicht machen. Ich mache eigentlich immer ganz, ganz gern zwei Armeen verschiedener Art. Und dann habe ich nicht immer diese Armee hier. Ich meine, sie macht Bock. Habt ihr ja gesehen. Zweimal 100%. Aber so richtig das Wahre ist es nicht. Ja, und den Clan verlasse ich jetzt leider wieder. Ich will nicht sagen, dass er mir hier zu Tod ist. Man soll ja den Tag nicht von Abend loben oder andersrum. Kann ja sein, dass hier heute Abend der Bär los ist. Dass die Bude hier steppt. Und ich da völlig verkehrt mit liege. Aber ihr könnt mir gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben, wie das so bei euch läuft, bei euch Clanlosen. Macht ihr das jetzt so genauso wie ich? Sucht ihr genauso wie ich? Geht ihr genauso in die Clans rein? Oder doch lieber ein Clan, wo man sich ordentlich bewerben muss? Wo ihr irgendwas in den Text reinschreiben muss schon mal, um was halbwegs Aussagekräftiges über dich rauszubringen? Ich habe das jetzt im Clan Herausforder gesehen. Da kommen die Leute mal rein. Bin der und der, mache das und das. Ist auch ganz ordentlich. Ich meine, ich habe ja am Anfang übertrieben, dass ich jetzt der und der bin. Ich schreibe immer Thorsten 53 NRW. Also das gebe ich immer von mir preis. Oder vielleicht auch nicht. Ich weiß auch nicht, wie die Clans reagieren, wenn man irgendwas reinschreibt. Oder man sagt vielleicht, nee, ich möchte nicht, dass ihr meinen Real-Namen wisst. Den möchte ich nicht preisgeben. Wenn die dann sagen, ja, dann kannst du gleich wieder gehen. Ich meine, es ist ja nicht ausschlaggebend, dass jemand meinen echten Namen in einem Clan weiß. Und nur, weil ich ihnen nicht preisgeben will. Ich möchte halt, die sollen mich hier mit Chefkoch ansprechen und nicht mit Thorsten. Keine Ahnung. Kann ich ganz schlecht deuten, aber ihr könnt mir das gerne in die Comic schreiben, wie es euch so ergeht. Ist das jetzt die Wirklichkeit oder geht es noch anders? Geht es noch besser? Klar kann man andere Mittel nutzen. Facebook, Instagram, Reddit, Discord, was auch immer. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen. War ja ein bisschen mal Hinterleuchtung von mir jetzt mal live. Und mal sehen, wie das hier weitergeht mit dem Account. Und hier bin ich auf jeden Fall raus. Ich finde ganz, ganz sicher einen passenden Plan für diesen Account. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und bis dahin, euer Toto. Verstehen. Das war's. Absolut. Das war's.